Horst Jansson ist ein deutscher Schauspieler. Leben Horst Jansson ist der Sohn eines Justizbeamten. Er wuchs in Mainz, Bad Soden und Wiesbaden auf und war schon als Schüler in Aufführungen seiner Schule aktiv. Im Jahr 1951 nahm er an der Schauspielschule Gensmer Schauspielunterricht. Anschließend trat er am Staatstheater Wiesbaden in dem Drama Lorenz Accio auf. Bekannt wurde er als Morten Schwarzkopf in der Verfilmung von Die Buddenbrooks aus dem Jahr 1959. Seinen Durchbruch hatte Jansson 1968 mit der ARD-Fernsehserie Salto Mortale, in der er den Trapezartisten Sascha Doria verkörperte. 1970 spielte er neben Charles Bronson und Tony Curtis in der englisch-amerikanischen Kinoproduktion Zwei Kerle aus Granit. Einem breiten Publikum wurde er durch die Fernsehserie Der Bastian bekannt. Etwa zur selben Zeit trat Jansson mit Die Zwillinge vom Immenhof und Frühling auf Immenhof an der Seite von Heidi Brühl in den späten Fortsetzungen der Immenhof-Filme aus den 1950er Jahren auf. Horst Jansson wirkte in der Folgezeit in zahlreichen englisch-amerikanischen Produktionen mit, unter anderem in Steinert das Eiserne Kreuz 2 an der Seite von Richard Burton und Robert Mitchum und dem irisch-britischen Kriegsfilm The McKenzie Break. Anfang der 1980er Jahre trat er als Horst in der Sesamstraße auf. 1998 spielte er in Bad Segeberg den Old Shatterhand und im Jahr 2001 den Old Firehand. Bei den süddeutschen Calmay-Festspielen in der Western City Dasing bei Augsburg spielte er 2006 den Old Shatterhand in Der Schatz im Silbersee und in den beiden darauf folgenden Jahren war er als Old Firehand gemeinsam mit seiner Tochter Sarah Jane in Dasing zu sehen. Auch 2009 trat Jansson als Old Firehand in Winnetou und Kapitän Caiman bei den Festspielen auf. In der ARD-Fernsehreihe Unter weißen Segeln spielte er 2004-2005 einen Kapitän. Im September und November 2008 war er als Pfarrer Lehmann in der ZDF-Telenovela Wege zum Glück zu sehen. Von Dezember 2008 bis Januar 2009 sowie von April bis Mai 2009 spielte er in der ARD-Telenovela Sturm der liebe Dr. Paul Wielander. Ebenfalls 2009 spielte Jansson den an Demenz erkrankten Jakob im Film eines Tages. 2014 zeigte sich Jansson begeistert von den Verschwörungsgeschichten des rechtsradikalen Geschäftsmanns Heiko Schrang und sprach daraufhin dessen Audiobuch Die Jahrhundertlüge – Die nur Insider kennen – ein. Horst Jansson war in den Jahren 1973 bis 1976 mit der Schauspielerin Monika Lengdie verheiratet. Mit ihr nahm er 1975 unter der Produktion von Michael Kunze die Schallplatte Wir wollen es haben auf. Dieses Lied war die deutsche Version des Paul-Anker-Hits Having My Baby. Die Single wurde jedoch kein kommerzieller Erfolg. Jansson lebt mit seiner zweiten Frau und seinen zwei Töchtern in Grünwald bei München. Nach Angaben auf seiner Website zählte Jansson laut einer GFK-Studie vom Februar 2002 zu den bekanntesten deutschen Schauspielern. Auszeichnungen 1973, Preis der Zeitung Sunday Mail als bester Schauspieler im englischen Fernsehspiel The Best of Enemies von Christopher Frey 1973, Goldener Otto der Bravo 1974, Bambi 2019. Ehrendarstellerpreis des Eat My Shorts – Hagener Kurzfilmfestivals. == . . . Vielen Dank.